Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir euch einmal mitnehmen in die Holzwerkstatt, wo wir bei Natursprung Naturmöbel herstellen, also Wildholzobjekte. Und ja, dazu schwenke ich einmal ein bisschen die Kamera herum und da seht ihr also hier ein Grundgestell für ein Hochbett. Das Hochbett ist 90 mal 2 Meter groß und aus Buchenhölzern ist das Stützwerk gefertigt und genau, hier auch die Treppe, die also schön im Trittversatz dann eben zur oberen Ebene halt führt. Und statisch eben schön gelöst, dass der Druck von der Treppe auch schön in das Gestell weitergeleitet wird. Genau, also wir achten da drauf, dass wir die Wuchsform und die Tragelast der Äste mit halt in die Möbel halt mit einbinden. Und ja, natürlich ist das Bett freitragend nicht und deswegen ist hier in der Mitte, also gibt es einmal eben die Bohrlöcher, wo man dann eben das Bett an der Wand montiert. Alles weitere findet ihr unter natursprung-werkstatt.de und dann wünschen wir euch einen schönen Frühling. Bis dann, tschüss!